Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute Adopt Me mit der einfachen, aber doch, glaube ich, nicht so einfachen Aufgabe. Wir adoptieren so viele Kinder wie irgendwie möglich, versuchen auf 100 Babys zu kommen, okay? Das ist das große Ziel heute. Übrigens, ich war ewig nicht mehr in Adopt Me, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Da habe ich mit der Easy, glaube ich, eine Challenge gemacht, unsere Häuser einzurichten, damit sie die perfekten Mädchenhäuser sind. Das könnt ihr hier oben rechts beim Info-Ding sehen. Lass uns mal versuchen, ein paar Kinder zu adoptieren. Aus irgendeinem Grund lädt mein Kleid nicht in Roblox. Also das ist mein Outfit, was ich unter meinem Kleid an habe. Die Schuhe und sowas, die seht ihr auch immer. Aber naja, kann man nichts machen. Es sieht bis jetzt recht leer aus. Aber wir können natürlich zu diesem großen Adoption-Hub gehen und gucken, wer alles hier adoptiert werden möchte. Und so, 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 so. Wir sind auf jeden Fall hier. Bis jetzt habe ich noch keine Babys gesehen. Bitte, bitte. Wo seid ihr? Ist keiner mehr hier? Ist richtig süß, dass sie alles so weihnachtlich gefeamt haben. So, hier. Da sind Leute. Perfekt. Perfekt. In Family. Newborn. Vielleicht können wir einfach mal im Chat schreiben, wer möchte adoptiert werden. Dann vielleicht kommt ja jemand zu mir. Ich glaube aber nicht. Äh, hier. Das sind die ganzen Tiere. Die müssen schlafen. Bis jetzt läuft es noch gar nicht gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Hier ist doch so viele Leute. In Family. Kannst du nicht, kannst du dich nicht adoptieren lassen, bitte? Neuer, neuer Plan. Im Krankenhaus. Da sind ja sicher Kinder, die alleine sind und krank sind und die gerne adoptiert werden möchten. So, hier ist schon mal keiner. Hier ist schon mal keiner. Hier ist schon mal keiner. Oh, oh. Auweia. Äh, okay. Das sieht zwar cool aus. Ähm, oh. Sehr dramatisch, wie sie da liegt. Aber das bringt uns jetzt auch nur so weit, denn wir sind nicht krank und wir müssen wahrscheinlich erst später ins Krankenhaus, falls wir 15 Millionen Kinder haben und die alle krank sind. Falls wir hier noch Kinder finden, okay? Bis jetzt. Counter ist, äh, weiterhin auf null. Wir gehen einfach mal hier in, in das Haus rein. Was soll passieren? Die, das sind so viele Leute, die wissen überhaupt nicht, was hier abgeht. Das ist die Schule. Ah. Oh, perfekt. Perfekt. Die Schule. Moin. Oh, oh mein Gott. 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 Die, glaube ich, ist die nicht in der Familie. Die da and it's don't interesting me. Okay. Äh, alles klar. Die ist nicht interessiert. Ich weiß aber auch nicht, was sie zu sagen hat. Das ist immer hier in der Klasse, ist gar keiner. Oh wie. Oh mein Gott. Das war so viel einfacher, als ich das erste Mal gespielt habe. Ah. Erinnert mich noch, da habe ich Adopt Me gespielt, da war ich ein bisschen verwirrt und auf einmal wollten alle adoptiert werden. Da hatte ich ganz viele kleine Kinder. Und, äh, jetzt, jetzt sitzen wir hier, ne? Mit ganz anderen Problematiken. Invitation to the party. Perfekt. Perfekt. Suche Familie. Suche Familie. Ja, let's go. Perfekt. Das ist genau richtig für mich. Ich glaube, die hier war auch nicht interessiert, hier das kleine Mädchen. Aber. Jetzt mit dieser Partyeinladung. Oh mein Gott, vielleicht gehen die da auch hin. Aber ist egal. Weil da gehen wahrscheinlich alle hin, die eine Familie suchen. Kann ich mir vorstellen. Perfekt. Oh mein Gott, das ist im Lebkuchenhaus. Okay. Alles klar. Wir sind jetzt hier. Und. Äh, warte, hier ist, hier ist jemand. Gott. Hallo. Uh, das ist aber süß. Willkommen. Hallo. Aber die ist, äh, die will nicht adoptiert werden. Das Ding ist, wir können Join Family drücken. I guess. Accepted. Dann sind wir jetzt in dieser Familie. Mein Problem ist jetzt folgendes. Oh, die ist deutsch. Machen wir so Geschwister, oder? Klar. Mom und Kind. Fragezeichen. Perfekt, perfekt. Willst du Kind sein? Okay. Sie ist deutsch. Das ist perfekt. Dann kann ich ihr das auch gut erklären. Ähm. Stand hier aber auch drüber. Oh mein Gott. Das ist unser erstes Kind. Ich riech's. Das ist unser erstes Kind. Bitte, bitte, bitte. Fragezeichen. Oh nein. Elisa, bitte. Hilf. Äh. Ich weiß nicht, was sie nicht versteht. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Sie hat jetzt ein Fragezeichen geschickt. I search family too. Perfekt. Perfekt. Invite to family. Oh mein Gott. Die Kleintje invite. Der will nicht in meiner Familie. Der hat doch gerade geschrieben. Wollt ihr in meine Familie? Fragezeichen. Cool. Wie viele Zuschauer hast du? Oh Gott. Ich muss mich jetzt hier pitchen, okay? Perfekt. Perfekt. Okay. Invite to family. Zack. Ähm. Die Kleint. Warum? Ich dachte, wir wollten... Äh. Wieso? 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 Ich hab doch ge... Äh. Ich... Ich will nicht beliebt sein, Leute. Ich will doch nur, dass ihr... Dass ich euch adoptieren kann. Bitte warte ein bisschen, bevor du Beatrice wieder einlädst. Oh mein Gott. Wie kann ich denn hier Kinder adoptieren, Leute? Okay. Ich sag, die ist schon quasi in meiner Familie. Die ist nur noch kein Kind. Die muss ich nur davon überzeugen, ein Kind zu werden. Beatrice versuche ich nochmal einzuladen. Die Kleint. Wieso, wieso die kleinst du, Beatrice? Okay. Technically ist sie mein Kind, okay? Ich weiß nur nicht, wie man es macht. Ähm. Okay. Wir haben zwei Kinder. Ja, 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 ja. Es ist gut. Ich bin quasi deine Mutter. Hier. Ich, äh... Ich kann mich nicht hochnehmen, weil du nicht in meiner Familie bist. Ich meine... Mein Hund hat Durst. Oh Gott. Leute. Es ist richtig stressig. Ich hab bis jetzt... Ich hab anderthalb Kinder, okay? Ich hab hier einen Erwachsenen. Die eine sagt nur Mama. Und dann frage ich, was ich mache. Wir können auch ein anderes Spiel nehmen. Nein, Leute. Das ist nicht der Punkt. Ich versuche hier, die Kinder zu adoptieren. Ich sitze hier seit 13 Minuten. Also, ich würde gerne so viele Kinder wie möglich adoptieren. damit wir eine große Familie haben. Punkt. Okay. Elisa ist die einzige... Ähm. Oh, warte mal. Wollen wir welche suchen? Perfekt. Perfekt. Okay. Wir sind hier an was dran. Elisa und ich, wir sind auf einer Mission. Im... Ähm. Okay. Die hat zu einer Party eingeladen. Aber ich muss hier erstmal alles mit Elisa abklären. Damit wir zusammen Kinder suchen können. Ja, gehen wir zur Stadt. Perfekt. Super. Gehen wir zur Stadt. Let's go. Elisa und ich. Wir... Wir sind hier an was dran. Das andere Mädchen... Party war amazing. 10 out of 10. Ich habe alles gefunden, was ich wollte. Elisa hat ein Auto. Okay. Das Ding ist... Elisa ist jetzt zwar nicht direkt mein Kind. Und das andere Kind ist weggelaufen. Aber das hatte ich zwischenzeitlich. Okay. Also würde ich sagen... Fairerweise... Countdown ein Kind. Ist ein bisschen verwirrend. Ich sehe es selber. Aber Countdown ein Kind. Und... Äh... Oh, oh. Das Auto hat mich rausgespuckt. Nein! Nein! Okay. Wir sind wieder da. Elisa. Entschuldigung. Mein Auto. Ich bin rausgefallen. So. Wir sind jetzt in der Stadt. Diesmal bin ich nicht alleine. Diesmal habe ich Elisa dabei. Die für mich auch mitrekrutieren kann. Keiner ist Kind. Hey Leute! Oh mein Gott. Elisa macht hier die ganze Arbeit. Der möchte was traden. Und er möchte gerne reich werden. Auch nicht schlecht. Sucht jemand eine Familie. Ich! Perfekt, perfekt, perfekt. Invite. Zack. Kind Nummer zwei. Wir haben jetzt... Okay. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Perfekt. Elisa ist weiterhin hier. Es sammeln sich Leute um uns. Das ist genau, was ich wollte. Okay. Leider ist bis jetzt keiner direkten Kind. Sie versucht immer noch reich zu werden. Und möchte gerne einen Stein für ein seltenes Tier traden. Klingt mittelfair. Was sagt sie? Alle, die... Oh mein Gott. Elisa macht so einen guten Job. Alle, die eine Familie wollen, kommen zu mir. Perfekt. Ach, wieso ist Elisa so viel besser da drin als ich? Ich sehe hier Family, Family. Wir haben zwei Leute weiterhin. Plus das eine Mädchen, was glaube ich einfach nicht ganz gewusst hat, wie es Ja drückt. Weil die war schon interessiert. Das heißt, ich zähle das jetzt als drei. Wo gehen wir hin? Das Auto ist weg. Kein Problem. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alle sind weg. Oh oh. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Gefühlt hat sich die Hälfte weg teleportiert. Ist okay. Elisa und ich, wir sind noch da. Wir haben drei. Okay? Die gehen ja nicht verloren. Wir haben hier zwei. Elisa und Just Vibes. Ich weiß leider nicht, wie Just Vibes heißt. Oh mein Gott. Wir haben doch eine. Dream Pet Turtle. Ich hasse Scammer. Das heißt, wir sind jetzt zu viert in der Familie. Plus das eine kleine Mädchen. Die Beatrice hieß. It's time for school. Wo sind in der Schule Leute, die adoptiert werden wollen? Gehen wir ins Krankenhaus. Klar, lass uns. Oh mein Gott, mein Roblox hängt sich auf. Nein, nicht jetzt. Roblox. Bitte nicht. Es läuft. Es läuft gar nicht gut. Ganz schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, mein Roblox hat sich jetzt aufgehängt. Okay, wir sind wieder in der Doppel. Wir kommen garantiert nicht auf denselben Server, oder? Okay. Wir sind auf einem gänzlich anderen Server gelandet, leider. Hier ist keiner von meiner vorherigen Familie. Hier ist nur noch mein Hund und mein Haus. Und ich würde sagen, wir haben insgesamt ganz, ganz großzügig, wenn wir wirklich generous sind, sind hier fünf Leute in unserer Familie gewesen. Aber mehr habe ich leider nicht hingekriegt. Das war's mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr Tipps habt, wie ich mehr Kinder adoptieren kann, bitte, 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 schreibt mir in die Kommentare und dann kann ich es irgendwann nochmal versuchen. Vielleicht kann ich es zusammen mit der Easy mal versuchen und dann können wir eine kleine Challenge draus machen, wie wir mehr Kinder adoptieren. Das wäre eigentlich vielleicht ganz funny. Jedenfalls, heute hat es nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und Feiertage und so weiter. Ich habe nur Shorts hochgeladen, weil ich leider wenig Zeit hatte, weil ich bei meiner Familie war. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und mache weiter normale Videos, auch lange. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!